ARD Text im Auftrag von Funk Mein Freund, Andi, ich hab deine Kämpfansorge jetzt gehört, ne? Meine Güte, du! Erstmal, ne? Das ist ein Schlüssel. Ich hab zu kurz die Beine, ich komm an das Gaspedal nicht an. Brauch ich ja gar nicht. Ich hab einen Tempomod, den hau ich rein und den führ das Ding 380 aus dem Stand. Ich hab mir ein Auto gekauft. Aber der ist schon so alt, da sind schon Würmer drin, du. Wenn ich damit fertig bin, mit Schrauben, dann fahren das auf der Bahn, mein Freund. Herausforderung angenommen, überhaupt. Ziemlich warm an, mein Freund. Normalerweise landen da Flugzeuge auf der Landebahn. Wenn ich da auftauch, denkst du, da kommt ein Düsenjäger an. Leute, es kesselt wieder. Karten gibt's auf werner-rennen.de